Ja, zum ersten Mal sehen wir jetzt Maxim D. Wertowski. Wird auch Zeit, wird die meinen. Ja, Quantifikation war noch fünfter. Hörbe gestreckt. Schraube. Sehr schön, sehr sicher. Auch hier die Bahn zum Schluss allerdings wird halt durchgestreckt halbe. Also ein B-Teil als drittes Element. Und jetzt hat er gut gerettet. Er hat sprungen von der Mitte in die Ecke des Bodens. Sozusagen. Auch wissen, wenn die Schwinge Japanerhand stand. Mit dem Twist hat er die besondere Anforderung realisiert. Oder eine Elementegruppe. Abgang. Auch wie Fabian.